Herzlich Willkommen zurück bei unserem kleinen, netten Spielchen hier. Tasche 1. Es ist, glaube ich, nur eine Nebenmission, aber ich kann nicht sagen, was ich hier noch machen muss. Die beiden Türen sind zu. Ich brauche... Vielleicht könnte ich hier noch irgendwo so ein Teil kaputt schießen, dass ich diese Wülze hier entferne. Aber wo? Ich sehe nirgends mehr irgendwo so ein leuchtendes Gedöns, Knorpel, Kram, Viech. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Energieteil irgendwo hinter irgendwas ist hier. Das Ding ist auch voll. Hm. Dankwürdig. Das ist komisch, dass wir hier nicht weiterkommen. Ich gehe nochmal... Ich gehe hier nochmal gucken. ...ich muss ich noch mal gucken. Ich gehe nach dem Bezirkus. Ich gehe jetzt kurz nach. Ich gehe nach dem Bezirkus. Ich gehe doch nicht. Aber die Bezirkus ist... Ich gehe nach oben. Und dass ich bin ein, das hier nicht finde ich. Hmm. Keine Energie. Wo finde ich denn diese Energiezelle? Okay. Liegt die hier irgendwo? Nee. Die liegt hier leider nicht. Okay. 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 Mann Kann ich auch noch nichts kaputt machen Hier so ne Bank Haben wir nicht schon Dings genommen? Ja, so einen Knoten, siehste Haben wir doch Machen wir gleich, wir können erstmal ein bisschen verkaufen Wir haben nämlich wieder ein bisschen was auf der Kante Level 5, Alter, ok, krass Das sieht doch ganz vernünftig aus Okay Ok So 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 So, Was ist das? Was war der Auslöser, Mr. Clark? Oh, das war schuld. Oh, das war schuld. Oh, das war schuld. Oh, das war schuld. Okay, was soll ich hier Feines machen? Oh, das war schuld. Hmm. Oh, das war schuld. 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 Oh. 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 ich will hier gar nicht mehr hin eigentlich bin ich ich will das auch gar nicht der springt nur aus dem fenster hier der bad war ich jetzt nicht hier schon ja weiter schon so Okay. 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 Mhm. Mhm. Ja, gut. Eigentlich... Diese drei, die nervt mich ein bisschen. Die ganze Zeit schon. So, besser. Schade, dass ich die nicht kombinieren kann. Mal einen von den Containern verkaufen. Ja, ich bin dabei. Ich wurde kurz abgelenkt. Gefährliche Automatik registrieren. Okay. 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 Das ist hervorragend. Danke. Okay. Noch zwei, ähm... Wo ist denn der... Korperell? Hm. Ja. 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 Was? Da sprengt der sich erst mal den Kopf weg. Wir werden sehen, wie uns das noch hinführt. Wir sehen uns gleich wieder. Hier ein kurzer Break. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part dann. Bis zum nächsten Mal.